Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für modische Frühlingspulli müssen Sie gar nicht so weit schauen. Diese gibt es nämlich in Ihrem Coop-Center und in den Coop-Warenhäusern in einer erstklassigen Qualität zu erstaunlichen Preisen. Besonders originell ist das Herren-Sweet-Shirt aus 100% Baumwolle, innen Graut. Oder der modische Damenpulli aus 100% Acryl, Langarm mit Rund-Ausschnitt. Das ist ein beliebtes Herren-Modell in die Plüsch aus einer pflegeleichten Baumwoll-Polyamid-Kombination. Und schliesslich der sportlich elegante Damenpulli aus 100% Acryl mit V-Ausschnitt. Sie sehen, Ihr Pulli-Angebote von Coop bringen Ihnen schon jetzt ein bisschen Frühling ins Haus. Diese pflegeleichten Damen- und Herrenpulli gibt es jetzt bei Coop in 10 verschiedenen Farben und in der Grössen S, M und L. Also klein, mittel und gross. Achtet Sie auf diese Plakate an der Coop-Schaufäster. Und ich sage Ihnen jetzt gerade noch was, dass Sie schauen müssen, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie echte saugfähige Frottierwäsche einkaufen. Hätet das Gewebe nämlich auf beiden Seiten solche Schlaufen, dann ist es echte Frottierwäsche wie das Angebot hier. Hätten Sie gedacht, dass bei dem Coop Frottierwäsche-Angebot auf 1 Quadratmeter fast 800'000 Schlingen verarbeitet worden sind? Und darum ist ja auch die Frottierwäsche von Coop so herrlich weich und saugfähig. Bei Coop gibt es jetzt die dekorative Frottierwäsche, nämlich ein Badtuch, ein Handtuch und zwei Waschtüchli in einer absoluten Spitzenqualität zu einem einmaligen Preis. Und ich habe Ihnen jetzt hier noch einen Fitness-Tipp, nämlich möglichst viele Orangen essen. Sie wissen ja, die Orangen haben besonders viel Vitamin C. Die Orange hat aber nicht nur viel Vitamin C, sondern sie hat auch unter anderem 13 Mineralstoffe wie Phosphor für die Nerven und Eisen für die Blutbildung. Und im Ganzen 14 Vitamine. Da in diesen sonnigen Orangen-Gärten werden Sie sorgfältig abgelesen. Frucht für Frucht. Und das Wochenende können Sie von einem ganz besonders günstigen Orangen-Angebot profitieren. Jaffa Chamouti Orange in diesen praktischen Plastiksäcken zu einem absoluten Hitpreis. Ja, aber denken Sie daran nur morgen über morgen und am Samstag. So, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Denken Sie aber noch an die Aktionen, die gerade kommen. Sie können davon profitieren. Die Frottierwäsche gibt es jetzt besonders günstig. Zwei Waschlappen, nur 2,90. Ein Handtuch, nur 6 Franken. Und ein Badtuch, nur 12 Franken. Und bis am nächsten Dienstag das 450 Gramm Glas Midi-Gonfi Himbeere, nur 1,40. Schwarze Kiesi, nur 1,70. Das Kilo Glas Erdbeere, nur 3,30. Und 430 Gramm Aprikosen-Gonfi Frutina, nur 1,50. 500 Gramm Gorbjoghurt Natur, nur 75 Rappen. Und mit Früchten, nur 1,10. Zwölf extra grosse, ausländische Frischeier, nur 2,70. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. 5 Kilo Omo statt 17,50, nur 15,50. 1,7 Kilo Doranda, nur 5,50. 2 Liter Teddy Doos statt 3,40, nur 2,90. Und Jaffa Jamuti Orange in die Tragtasche per Kilo nur 1,30. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.